Hörflin! Tor! Ganz stark gemacht von Hörflin! Da hat er alle veräppelt, angetäuscht, abzudrehen und zieht dann doch aufs Tor und entscheidet diese Partie. Hier gerade am Rückgang. Oh, ein super Spiel! Mark Wokes, ein super Pass. Ganz ehrlich, 80 Prozent Mark Wokes. So, jetzt orientiert sich Vornarendulic, lässt ihn gut durch für David Wolf. Und das ist der Anschluss für die Adler. Zweites Tor in diesem Spiel von David Wolf. Wunderbarer Spielzug der Adler. Vorbei am Tor. Ortega! Flazin! Ostendortega! Eine Drehung, anvisiert und abwärts. Nach vorn, Mirko Hörflin, Rückhandschuss, Nachschuss, Schuss! Und dann pusht der Westlaw da schon wieder rüber. Rechter Schoner, kickt er den noch raus. Das ist schon extra klasse. Und das 1 zu 0 für die Roosters! Michael Clark, der hat da den Platz und dann geht der aber sowas fort in den Knick. Hier! Sesemski gar nicht an den Punkt kommen zu lassen, diesen Passweg auf Sesemski wegzunehmen! Aber es geht auch anders! Daniel Schmölz! Hat dann eben nur noch eine kleine Drehung. Macht das dann hervorragend! Das ist Tor! Was macht denn der Urbass da? Ja klar, schau her! Also da hat er ja mal richtig das Zielferro rausgeholt. Jan Urbass! Foucault! Foucault! Der Mann hat goldene Hände! Also den direkt zu nehmen, mein lieber Schwan! Foucault! Hoch auf Weber! Erste Scheibe! Erste Scheibe aufs Tor! Und die ist gleich drin! Da jubeln sie beide! Weber und Fischbuch! Und was für ein schöner Tippin, mein lieber Herr Gesangsverein!